Vor kurzem war der Spiegel getitelt Charisma Die besondere Ausstrahlung Kurz vorher haben wir getitelt Charisma Man hat es oder nicht Ich hatte es persönlich sehr gefreut, dass der Spiegel, es ist immerhin ein bekanntes Magazin sich hat von uns beeinflussen lassen Und es zeigt natürlich auch sehr schön, dass dieses Thema doch eines ist, welches von Interesse ist unser nächstes Stück ist Charisma Willst du erfolgreich sein Dann reich, dann können wir nicht allein Denn was du dringend brauchst Geht rüber, komm, geht in 10.1 Charisma Man hat es oder nicht, das ist mir sondern klar Wenn deine Ausstrahlung wichtig, dass du das Zeug ziehst klar Charisma Charisma Zum Beispiel Kaiser Frank Der macht die Alben Sachen ganz Zu einem Lichtgestrahl Da gegen wirken junge Al Charisma Man hat es oder nicht, das ist mir sonnenklar Wenn deine Ausstrahlung wichtig, dass du das Zeug ziehst klar Man hat es oder nicht, das ist mir sonnenklar Wenn deine Ausstrahlung wichtig, dass du das Zeug ziehst klar Charisma 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 Ist nicht Natur gegeben, naja, dann muss man eben ohne Leben. Charisma, man hat es oder nicht, das ist mir Sonnenklar, wenn deine Ausstrahlung wichtig, dass du das Zeug zum Star hast. Man hat es oder nicht, das ist mir Sonnenklar, wenn deine Ausstrahlung wichtig, dass du das Zeug zum Star hast. Charisma, Charisma. Charisma, Charisma. Charisma, Charisma. Vielen Dank.